Subta Hindulasana ist die liegende Wiege, eine schöne Übung, um die Hüftflexibilität für die Lotus-Sitze zu entwickeln. Im Liegen hebe das linke Bein hoch und gib dann den linken Fuß in die rechte Ellbeuge und das linke Knie in die linke Ellbeuge. Falte die Hände um das Knie. Du kannst dabei das Bein sanft wiegen, das wäre die dynamische Version von Subta Hindulasana oder ziehe das Bein einfach sanft zum Brustkorb hin und halte es ständig. Das ist die liegende Wiege als statisches Asana.